Konnichiwa Minasan, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder hier aus dem Wohnzimmer bzw. Tatami-Zimmer. Louis ist im Hintergrund auch mit dabei. Heute habe ich das Futon noch draus gelassen, denn ich möchte euch heute mal zeigen, wie man in Japan, in so einer ganz durchschnittlichen normalen japanischen Wohnung hier, im Winter denn eigentlich überlebt. Denn wie ihr vielleicht wisst, die Japaner haben keine Heizung bzw. keine Zentralheizung. Das gibt es hier nur ganz, ganz selten, soweit ich weiß. Oh, Louis, konnichiwa. Louis sagt euch auch, hallo. Keine Heizung also, aber irgendwie muss man den Winter, der in Japan ja durchaus auch schon mal relativ kalt werden kann, gerade weil es keine Heizung gibt. Irgendwie muss man ihn ja überleben. Und wie man das macht, das möchte ich euch heute mal ein wenig genauer zeigen. Zunächst einmal sehen wir hier den süßen Louis. Und der Louis hat etwas an, was man auf Japanisch Chan-Chanko nennt. Genau das gleiche Ding, was ich hier anhabe. Das ist im Grunde eine warme Jacke. Und diese Jacke, also dieser Chan-Chanko, der wird auch schon relativ warm. Also es macht einen großen Unterschied, ob man den anhat oder nicht. Meinen ersten Chan-Chanko habe ich von meiner Frau Mayu bekommen während dem Auslandsjahr. Den hat sie mir zu Weihnachten geschenkt und seitdem liebe ich die Dinge einfach. Wir haben auch mit nach Deutschland genommen und die halten schon wirklich relativ warm. Das heißt, in einer japanischen Wohnung, in der es in der Regel kalt ist, weil die Isolierung auch nicht so gut ist, ist so ein Chan-Chanko wirklich nötig. Also das ist absolut ein Tipp, den ich euch geben würde. Wenn ihr in Japan mal gerade in einem älteren Haus, Einzelhaus überleben müsst, im Winter holt euch einen Chan-Chanko. Dann sind wir hier beim Futon angekommen. Und das ist jetzt mal hier Mayus Futon. Und da seht ihr, sie hat für den Winter aufgerüstet. Sie hat hier so eine warme Unterlage, ist das ja nicht Auflage, könnte man sagen, drauf gemacht. Die ein bisschen flauschig auch ist und die erwärmt dann natürlich auch ganz schön. Ich habe sowas nicht, ich bin der harte Mann. Ich mag diese flauschigen Unterlagen hier, ich mag die nicht so gerne. Außerdem gibt es natürlich heftige Kake-Bouton, heißen die hier, die einen schön warm halten. Und wenn man es noch wärmer haben möchte, kann man auch ein sogenanntes Mofu, heißt das auf Japanisch, kann man auch noch drunter packen. Das wärmt dann natürlich noch zusätzlich. Das heißt, auch wenn die Außentemperatur hier in dem Raum, wenn die nicht so schön warm ist, ist es zumindest im Futon ziemlich warm, sodass man also die Nacht gut überleben kann. Für den kleinen Louis gibt es in der Nacht dann noch diesen Sleeper hier. Denn er bleibt nicht immer unter der Decke. Er mag die Decke ehrlich gesagt nicht. Und da wäre es natürlich ein wenig kalt. Deswegen haben wir so einen Sleeper, ist ähnlich wie so eine Jacke hier, wie so ein Chan-Chanko. Und der hält ihn auch schön warm, während er dann schläft. Ist also auch gar kein Problem. Er zieht tagsüber meistens den Chan-Chanko an, beziehungsweise hier in dem Raum wird es tagsüber an die 25 bis 28 Grad teilweise, wenn wir den ganzen Tag Sonne haben. Das ist nämlich der große Vorteil, den wir hier in der Wohnung haben. Wir haben die große Fensterfront und den Wohnbereich zu einer Seite, wo die ganze Zeit Sonne ist. Und wenn wirklich draußen auch schönes Wetter ist, dann heizt sich dieser Raum auf, sodass man also auch ohne Chan-Chanko eigentlich hier in dem Raum verbringen kann. Und es ja schon fast teilweise zu heiß ist und man das Fenster aufmachen muss. Also das ist wirklich ziemlich gut. Wir haben die natürliche Heizung namens Sonne, die hier diesen Raum erwärmt. Auf der anderen Seite, da wo ich arbeite, in meinem Arbeitszimmer, sieht es jedoch ein bisschen anders aus. Da ist es schon relativ kühl. Deswegen mache ich da ab und zu auch die Heizfunktion der Klimaanlage an. Denn die Klimaanlagen hier haben natürlich auch eine Heizfunktion, die relativ teuer ist, wenn man das die ganze Zeit laufen lässt und wenn man das auf hoher Temperatur laufen lässt. Sodass ich versuche, das auch nicht wirklich hohe Temperatur, ich habe das auf 20 Grad gestellt, was absolut ausreicht für mich. Dann habe ich den Chan-Chanko aus, das ist super. Aber wenn ich es nicht mache, dann habe ich in dem Raum teilweise 14, 15 Grad oder noch kälter. Und dann fangen die die Hände bei, wenn ich arbeite, ne? Der Louis packt hier seine Legos auch aus. Es sind auch wirklich Legos, hat einer nachgefragt. Das ist ja Lego Duplo hier und Legos. Auf jeden Fall fangen dann an, die Hände so ein bisschen zu befrieren irgendwie. Und ich kann ihn nicht mehr richtig bewegen beim Tippen. Das ist natürlich extrem unangenehm. Deswegen mache ich dort die Heizfunktion der Klimaanlage schon mal an. Aber hier in dem Raum braucht man das einfach nicht, weil über den Tag sich der Raum halt schön aufheizt. In der Nacht kühlt er dann ab, aber in der Nacht schläft man ja sowieso in seinem warmen Futon. Also das ist wirklich perfekt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir in die neue Wohnung umgezogen sind, weil das schon wirklich einiges ausmacht. In der alten Wohnung hatten wir teilweise vier Grad morgens in der Wohnung. Das Olivenöl ist gefroren. Da hatten auch einige gesagt, Kevin, nein, das Olivenöl kann gar nicht frieren. Doch, das Olivenöl kann frieren. Ich sag es euch, es friert. Wenn es zu kalt ist, wird das hart. Ja, dann kommt da nichts mehr raus. Dann willst du auf deinen Salat Olivenöl drauf machen und wartest und wartest und wartest. Und es kommt nichts raus, weil es zu kalt ist. Es ist gefroren. Aber das funktioniert. Und die Leute von euch, die in solchen Witterungsverhältnissen schon mal Olivenöl ausprobieren wollten, die wissen das auch, dass das gefriert. Ja, auf jeden Fall, man hat hier diesen Sleeper für die Nacht für den kleinen Louis. Das funktioniert auch wirklich super. Und so lässt sich die Nacht zumindest gut aushalten. Und am Tag mit dem Chanchanko. Und hier auch sehr gut. Bah, was ist los, Louis? Bah. Ah, Banane. Hast du Banane gefunden? Ja, Banane ist eines deiner Lieblingsessen. Jeden Morgen isst er eine Banane. Ja, Banane und was hast du noch? Auch Pferd. Ne, was ist das? Kamel? Kamel willst du auch essen? Nein. Kamel ist aber nicht so gut. Oder was ist das? Eine Ziege? Das ist eine Ziege, glaube ich. Das ist so ein Ziegenbart hier. Deswegen sagt man auch Ziegenbart, Louis. Wusstest du das? Ich weiß nicht. Oh, Banane auf Ziege. Banane auf Ziege geht nicht, Louis. Das passt nicht zusammen. Man muss aber auch sagen, wir haben echt Glück gehabt, was diese Wohnung hier angeht, dass eben die ganze Seite in der Sonne ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man natürlich schon mal gucken, wie man zurechtkommt. Und da gibt es dann in japanischen Haushalten oft diese Heizöfen oder Heizstrahler, die man verwendet in dem Wohnraum, um den Wohnraum ein bisschen aufzuheizen. Man setzt sich dann auch oft vor diesen Strahler, dann wird es ein bisschen wärmer. Das ist so das Mittel, mit dem Japaner versuchen dann zu heizen. Denn in der Regel, die Heizfunktion der Klimaanlage vor allem, wenn es ältere Klimaanlagen sind, das kann man vergessen. Die sind so teuer, die verbrauchen so viel Strom. Also da muss man dann wirklich ein bisschen sparen. Und diese Heizstrahler sind wesentlich kostengünstiger als die Heizfunktion der Klimaanlage. Man kann aber natürlich auch einen heißen Tee machen. Das funktioniert auch immer gut. Im Notfall kann man natürlich auch die Jacke anziehen, wenn man eine warme Jacke hat, außerhalb des Chanchankos noch, und sich damit hinsetzen. Und es gibt natürlich eine Sache, die ihr vielleicht auch schon kennt, die in japanischen Haushalten im Winter, würde ich sagen, absoluter Standard ist. Und die natürlich ein Segen ist, wenn es kalt ist. Und zwar dieser wunderschöne Tisch hier. Das nennt man einen Kotatsu, Leute. Das ist jetzt hier in unserem Fall ein runder Tisch, gibt es aber auch in rechteckiger Form. Hier hat man eine wunderschöne Decke noch mit dran, so eine Decke. Ich habe da im Übrigen so einen Sabuton zum Hinsetzen. Und wir haben hier eine relativ warme Unterlage, so eine Matte auch, die ziemlich gut ist. Und das sind Heiztische. Wenn wir jetzt hier mal unter den Kotatsu gucken, dann sehen wir das auch. Da ist so eine Heizanlage, also so Heizstäbe sind dort drunter, die natürlich verbunden sind mit einem Kabel. Und da kann man dann auch drüber heizen, sodass, wenn man unter dem Tisch sitzt, es richtig schön warm ist an den Füßen. Und die Beine sind natürlich auch richtig schön warm. Dann habe ich schon mal Kommentare bekommen, die gesagt haben, ja, aber Kevin, wenn du so einen Kotatsu hast, ist da nicht der Rücken total kalt? Und ich muss sagen, das ist eigentlich nicht der Fall, denn du hast ja deinen Chanchanko an in der Regel, wenn du hier sitzt. Das heißt, der Rücken ist schön, die Arme auch durch den Chanchanko kein Problem. Hier die Hände, vielleicht einen schönen heißen Tee, was zu essen oder sonst irgendwas. Und die Beine, Füße sind einfach unter diesem wunderschönen Kotatsu gewärmt. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Und dann kann man hier mit der Familie Zeit verbringen, kann Fernsehen gucken, kann zusammen essen, kann machen, was auch immer man möchte. Und das ist eigentlich auch eine richtig gute Sache, um den Winter gut zu bestehen. Die sind auch von den Heizkosten nicht ganz so teuer, diese Kotatsu. Man muss die jetzt auch nicht in einer wahnsinnigen heißen Temperatur einstellen, dann wird es da unten auch zu heiß. Sodass das wirklich eine sehr, sehr gute Option ist für den Winter, wie ich finde, um eben den Winter auch relativ kostengünstig zu überstehen in Japan und nicht diese Klimaanlage zu benutzen mit ihrer Heizfunktion, die einen dann halbarm macht. Also selbst wenn man die benutzt, wie gesagt, sollte man nicht auf so eine ganz hohe Temperatur. Es sei denn, man hat eine relativ moderne, die sind da ein bisschen besser, was den Stromverbrauch angeht. Also die, die ich zum Beispiel im Arbeitszimmer auch habe, die ist moderner. Die haben wir gekauft, als wir hier eingezogen sind. Die ist da auf jeden Fall besser, aber wenn ihr eine Anlage habt, die fünf bis zehn Jahre alt ist, dann müsst ihr echt aufpassen. Also in der alten Wohnung haben wir ordentlich Stromkosten gezahlt. Wir hatten, glaube ich, 100 oder 200 Euro Mehrkosten im Winter als normal. Aber wir mussten die benutzen, weil wir hatten ja einen kleinen Louis letztes Jahr. Da kannst du nicht bei vier Grad irgendwie einen Säugling da rum ernähren. Das funktioniert nicht. Das sind im Grunde auch die Sachen, mit denen Japaner den Winter so verbringen, würde ich sagen. Als Essen ist natürlich ganz, ganz beliebt Onabe. So eine Art Eintopf. Oden ist auch sehr, sehr beliebt. Also auch so ein bisschen suppenmäßig warme Essen, die auch ein bisschen Wärme vielleicht abgeben. Weil beim Onabe zum Beispiel stellt man das in der Regel auf die Mitte vom Tisch, hat da noch so einen kleinen Gaskocher drunter und der gibt natürlich auch ein bisschen Wärme ab. Also das sind so sehr, sehr beliebte Essen im Winter dann natürlich auch. Aber generell muss man sagen, es ist in japanischen Wohnungen im Winter schon kalt. Auch in Osaka. Und in Osaka wird es jetzt nicht minus gerade, beziehungsweise nur relativ selten. Schnee liegt hier eigentlich auch so gut wie nie. Ganz, ganz selten, dass es mal schneit. Also auch in einer Stadt, in der es objektiv gesehen von der Temperatur gar nicht so wahnsinnig kalt ist, ist es trotzdem kalt in den Wohnungen, weil eben diese Zentralheizung in Japan nicht vorhanden ist. Louis hat mir jetzt als nächstes hier so ein paar Dinger geschenkt hier. Danke, Louis. Arigato sei mas. Falls ihr also mal im Winter in Japan seid und ihr wohnt hier für ein Austauschjahr bei einer Gastfamilie oder ihr wandert sogar nach Japan aus, sollte euch klar sein, dass es halt ein bisschen kälter ist im Durchschnitt und dass die Isolierung gerade in älteren Häusern, auch in älteren Apartmentgebäuden, das Gebäude hier ist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, deswegen ist die Isolierung auch ein bisschen besser als bei noch älteren Gebäuden, sollte euch klar sein, dass es relativ kalt ist. Und ihr eben diese Tricks, die ich euch hier mitgeteilt habe, im Futon, mit dem Chanchanko, mit dem Kotatsu. Was los, Louis? Soll ich dir das geben? Ihr möchtet einen haben. Bitteschön. So, dass ihr diese Tricks auf jeden Fall anwendet dann auch und so wird das Leben im Winter schon relativ einfacher. Wenn ihr aber natürlich nicht wie ich von zu Hause arbeitet, sondern woanders arbeitet, dann ist es sowieso schon mal besser, weil Bürogebäude oder so, die sind in der Regel, soweit ich weiß, ein bisschen beheizter und da ist es dann nicht ganz so kalt unter Umständen. Das soll es gewesen sein von diesem Video. Ich wollte euch einfach mal sagen, wie überlebt man den japanischen Winter? Und Japaner haben eben keine Heizungen. Das ist was, was mich am Anfang auch sehr schockiert hat. Und bei der Gastfamilie, als ich da gelebt habe, wollte ich diese Heizfunktion der Klimaanlage auch nicht anmachen, weil sie meinte auch so, ja, und mach die Heizfunktion nicht an, die kostet so viel Strom. Ich denke mir, ja. Und dann habe ich da ein paar Monate während dem Auslandsjahr komplett am Nordpol verbracht, wirklich. Es war so unfassbar kalt. Ich habe drei Decken gehabt. Ich bin morgens aufgewacht, habe meinen Kopf ein bisschen gedreht und bin irgendwie an so ein Eiskopfkissen gestoßen. Also das waren harte Monate bei der Gastfamilie im Winter. Aber man überlebt es, man härtet ab und man fühlt vielleicht auch so ein bisschen mehr den Bezug zur Natur und dem harten Leben. Ich weiß es nicht. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen, war heute ja mal wirklich sehr aus dem Alltag heraus hier. Was ganz Alltägliches, was man wissen sollte über Japan. Und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von Japan wissen wollt. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann.